Hallo, ich bin Elmar Lause, ich bin bildender Künstler und befinde mich hier in der Hamburger Affenforstgalerie. In der Hamburger Affenforstgalerie kuratiere ich aktuell die Ausstellung zusammen mit Markus Schild, Stilles Leben, eine Gruppenausstellung zum Thema Stillleben und eine weiterführende Interpretation des klassischen Stilllebens. Die erste Arbeit, mit der ich hier anfange, ist eine Arbeit von mir selbst. Es ist eine Assemblage, ein Gesicht modelliert auf Vase, also ein Vasengesicht. Der Titel ist Vaseface. Ich arbeite sehr gerne mit verschiedenen Versatzstücken. Dieses Gesicht, das bildet sich aus Plastik-Spielzeugresten, aus Knochen, aus Keilen, die man zum Bespannen von Leinwänden nimmt und daraus habe ich dieses Gesicht modelliert. Die Blumen bilden gleichzeitig die Haare. Ich mag das gerne, wenn Gegenstände eine neue Bedeutung kriegen und das ist das Objekt, was ich für die Ausstellung Stilles Leben beisteuere, auch weil Vasen oft in Stillleben ein Motiv sind, was dann gemalt wird. Hier ist es dann als Objekt.